Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks und heute schauen wir uns den Park von Tim Ziller an und der heißt BioTim Park. Der Park ist auf der neuen Karte Biosyn Valley gebaut und auch mit den neuen Items und Deko-Objekten und Dinosauriern. Oh, das sind sogar direkt Dinosaurier. Omalocephale und Dryos. Ist natürlich cool hier mit den neuen unsichtbaren Zäunen. Kommt dann so ein bisschen Streichelzoo-Feeling auf. Ich glaube, die sind ein bisschen verbuggt oder so. Ich wurde übrigens Mods verwendet, so Free-Build und sowas, also dass man alle Sachen überall hin platzieren kann. Ich konnte den Park aber auch laden ohne Mods, das war sehr angenehm. Sonst hätte ich euch den gar nicht zeigen können. Ist aber sehr schön hier gemacht mit den verschiedenen Wegfarben und auch den Deko-Objekten. Die neuen Sachen sehen auch echt toll aus. In diesem rostigen Bronze-Look oder Kupfer, was auch immer das ist. Ich glaube eher so Bronze, ne? Dann mit dem Bernstein. Ja, mega schön, dass hier überall auch Wasser ist. Und das hier vorne ist auch direkt ein Gehege. Ist auf jeden Fall direkt ein Fleischfresser-Futterspender. Irgendwie ist das echt ungewohnt so, wenn man diese unsichtbaren Zäune hat. Schon ein bisschen absurd, wenn man jetzt bedenkt, da ist jetzt auf einmal irgendwie ein T-Rex oder ein Giger oder so hinter. Ohne dass da ein Zaun zwischen ist. Aber das neue Biom ist auch echt schön mit diesen ganzen umgefallenen Baumstärmen. Und auch die Bäume gefallen mir richtig gut. Wir gehen jetzt aber erstmal, glaube ich, links oder so. Gehe jetzt, glaube ich, erstmal hier lang. Der rechts ist auch ein Gehege direkt und links ist halt das Streichelzuggehege, was wir gerade gesehen haben. Da kann man sich auch direkt hinsetzen. Voll cool gemacht. Da hat man dann wirklich eine perfekte Sicht auf die Dinos. Oh, da sind auch noch weitere Dinosaurier drin. Ich komme ganz kurz hin. Und hier sind noch Stigimolovs. Jetzt zieht sogar der Nebel auf. Nicht schön. Aber hier rechts hatten wir leider noch kein Glück, was Dinosaurier angeht. Aber es ist halt wirklich so gestaltet, dass man nicht das ganze Gehege sehen kann und dann immer weiterlaufen muss, um da mehr zu Gesicht zu bekommen. Finde ich gar nicht so schlecht. Das ist auch noch so ein cooler Turm. Da müssen wir dann auch noch reingehen. Das ist halt echt das erste Mal, dass ich einen Park besichtige mit diesen ganzen neuen Gebäuden und Dekosachen. Ich finde auch die neuen Gebäude vom Stil richtig cool. Das sind, glaube ich, die Hotels oder so, ne? Und dann hier die Leute so sitzen. Hier gehen die dann rein. Weil wir wissen halt noch nicht, was hier drin ist in diesem Gehege. Man sieht auch gar nichts. Aber wir haben halt hier vorne auch noch einen Turm. Da können wir mal eben reingehen. Kann aber nichts erkennen. Ich glaube, hier links ist kein Gehege. Ich glaube, das links ist einfach nur Natur. Das habe ich vorhin schon von oben gesehen. Dass der Park halt gesplittet ist in zwei Bereiche und da zwischendrin halt viel Natur ist. Finde ich aber auch gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Wir laufen einfach mal ins Gehege. Warum auch nicht? Oh, da vorne ist was. Da sind Pyroraptoren drin. Ich hatte halt echt Pech. Jetzt laufen die hier lang. Guck mal. Das wäre jetzt perfekt gewesen, wäre ich hier am Eingangsbereich jetzt. Aber ich glaube, man kann schon ganz gut sehen, wie schön man die dann beobachten kann hier. Ist halt durch die unsichtbaren Zäune wirklich... ...ruselig, muss ich sagen. Also ich hätte Angst, wenn ich dahinter stehen würde. Dass die da rüberspringen oder so. Die sehen halt auch echt böse aus. Muss man ja mal sagen. Ich kann den absenken hier, okay. Kann ich dann da rein, wenn der runter ist an der Leiter? Bin ich jetzt mal gespannt. Kann ich tatsächlich? Das ist ja voll cool gemacht. Das heißt, ich muss da wirklich hinlaufen. Oh, jetzt aber schnell. Und dann kann man da unten halt die Pyroraptoren sehen. Das Gitter ist natürlich jetzt perfekt im Weg. Wir können ja wieder runter, ne? Dann geht das doch. Leider ist halt immer dieses Gitterding im Weg. Ist ja cool, wenn man das noch separat runterfahren könnte. Wenn man eine bessere Sicht hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel unten bin, dann ist es leider auch die ganze Zeit da. Wir gehen jetzt aber mal hier am Ende des Geheges weiter. Auch sehr schön mit der Deko gearbeitet hier. Also da vorne war der Eingang. Aber hier ist halt auch nochmal ein Gehege. Wo wir gleich hoffentlich auch mal Glück haben mit den Dinosauriern. Da dürfte eigentlich ein T-Rex drin sein vom Sound her. Aber den kann ich gerade leider auch noch nicht erkennen. Deswegen sprinten wir einfach mal hier weiter. Ist hier links auch ein Gehege? Oh, hier ist auch ein Gehege. Ein Emteri. Aber wieso ist dann hier ein Fleischfutterspender drin? Ist hier etwa ein Mischgehege? Das ist ja auf jeden Fall zwei Teris. Hier kann man wahrscheinlich auch nochmal an das Gehege blicken. Das ist auch ein Turm. Sollen wir da mal kurz reinflitzen? Ich weiß halt nicht, wie man da sonst hinkommt. Mit diesen unterirdischen Tunneln kann man ja irgendwie nicht einsteigen, oder? Also ich glaube, ich muss halt wirklich dort reinlaufen. Und dann muss ich die auch erstmal runterfahren. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach so. Geht's ein bisschen schneller. Mich interessiert halt gerade noch, ob hier ein Fleischfresser irgendwo sich noch versteckt. Das ist aber auch schwer zu entdecken in diesen dschungeligen Wäldern. Das sind die beiden Teris. Ich finde das mit den Wegformen übrigens sehr, sehr schön, muss ich sagen. Das hast du sehr sauber gemacht. Aber irgendwie sieht das auch echt cool aus, wenn man den Zaun hier direkt an den Weg macht. So als Abschluss. So ein Bordstein sieht das halt aus. Das gefällt mir echt richtig gut. Hier ist nochmal ein weiteres Gehege. Hier sind Velociraptoren drin. Wahrscheinlich auch mehrere, denke ich mal. Oh, das ist Blue. Das hier ist übrigens der erste Bereich von oben, den wir uns gerade angeguckt haben. Direkt hier neben dem Fluss, der dann zu diesem coolen Biosyn-Gebäude da hinten führt. Das hier war das Raptor-Gehege. Und das war das Gehege, wo wir gerade noch nichts zu Gesicht bekommen haben. Da müssen wir nochmal reinfliegen. Ich finde das übrigens echt schade, dass man diese Felsen nicht so platzieren kann, diese Bimmosen. Hätte ich mir noch sehr gewünscht. Und auch diese Baumstämme wären cool gewesen. Es wären auch tolle Objekte gewesen noch. Und sowas natürlich auch. So gefällte Bäume. Aber wo verstecken sich denn jetzt hier der Rexy zum Beispiel? Der muss doch hier noch irgendwo sein. Den habe ich doch gehört. Müsste vom Sound auch hier gewesen sein. Wo ist der? Das sind halt echt große Gehege. Und sind halt echt sehr dicht bewaldet. Das ist echt schwer, die zu finden. Ich habe einen gefunden. Direkt am Sound diesmal. Aber ich glaube, hier sind mehrere drin. Jetzt finde ich sie alle auf einmal. Okay. Drei Stück sind hier drin. Ich habe keine Ahnung, wie die sich versteckt haben vor mir. Aber hier ist sogar einer mit Fell drin. Sieht so cool aus mit dem Nebel. Aber das war dann der erste Bereich. Also hier sind wir jetzt gerade einmal durchgegangen. Aber es geht halt noch da hinten hin. Das ist nochmal ein komplett anderer Bereich. Da müsste man dann wahrscheinlich irgendwie unterirdisch oder so hin. Ich glaube, das ist so gedacht, dass man hier mit einem Jeep rüberfährt. Weil hier ist auch so ein Tor drin. Aber hier würde man dann ankommen. Und dann hat man hier auch wieder ein schönes Gehege mit unsichtbaren Zäunen. Das ist auf jeden Fall eine Ziege. Ein Fleischhutterspender. Aber auch Pflanzenfresser sind da drin. Das ist echt alles sehr interessant. Oh, da kommt ja sogar ein Dreadnuktus. Einfach so aus dem Wald. Dann düsen wir mal mit der Tour. Ist auf jeden Fall schon einiges an Sauriern. Aber ich frage mich ja, warum hier jetzt zum Beispiel ein Fleischfutterspender ist. Finden wir jetzt hier noch Fleischfresser? Oder sind die einfach so hier? Hier sind überall Fleischfutterspender. Aber ich meine, die waren auch im Teri-Gehege, ne? Deswegen, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall auch ein Stego. Ich glaube, der hat sich nur erschreckt. Das ist nun auch angefahren, nun bestimmt. Die überholen auch hier die Kollegen. Da ist ja wirklich alles drin. Hier ist auch ein Anki. Ein weiterer Para. Das ist schon ein sehr schönes Mischgehege. Auch schöne verschiedene Skins. Der Anki da ist auch gut getarnt. Passt aus wie so ein Felsen. Wo er gerade schläft. Und dahinter ist auch noch was. Da gibt es auch noch ein Dinosaurier. Ein Zeratops ist das. Aufstehen. Okay, der hat gar keinen Bock. Dann lassen wir ihn mal in Ruhe. Vor allem, der wirkrampt. Hier ist auch nochmal so ein Turm. Ist natürlich auch echt schön, dass man jetzt die Möglichkeit hat, halt so Galerien mitten im Gehege zu machen. Es kommt irgendwie richtig natürlich alles rüber, dadurch, dass hier auch überall unsichtbare Zäune und so sind. Oh, hier sind die los. Okay. Das erklärt die Fleischfresser-Futterspender. Das heißt, das ist hier so ein richtig krass gemischtes Gehege. Oh, das sind sogar die Metrodons. Krass. Wie viele verschiedene Spezies hier sind. Ja, juck dich nicht, ne? Hm. Das wirkt auf jeden Fall sehr belebt. Oh, da unten laufen auch noch Kentros, glaube ich. Auch eine sehr schöne Wiese hier. Da hat man einen tollen Blick drauf. Aber die Tour geht, glaube ich, noch voll lang. Geht jetzt auch noch hier lang einmal. Wir kürzen aber ab, würde ich sagen. Dann einfach mal so. Das dürfte auch der Camp-Kreide-Zeit-Kentro gerade gewesen sein. Dann nochmal ein Dilo. Und ein Baumstamm, der mitten auf der Straße ist. Aber ich glaube, der hält uns nicht auf. Da kann man einfach so durchdüsen. Das ist ganz gut. Krass, wie groß diese Tour ist. Das hätte ich gerade nicht gedacht von außen. Und jetzt nochmal so ein kleiner See. Da hinten sind sogar noch mehr die Metrodons. Da fahre ich auch mal schnell hin. Vielleicht gehen die jetzt auch fressen. Dann können wir die da beobachten dabei. Sieht ja fast so aus. Ja, wir kommen genau perfekt. Oh, die reden sogar beim Essen. Das ist doch sehr süß. Wir düsen aber weiter. Wenn ich hier die ein oder andere Spezies übersehen sollte, in dem Gehege oder in dem Park, dann ist das auch nicht weiter schlimm, weil ihr könnt den Park euch auch runterladen, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe angucken wollt. In der Videobeschreibung findet ihr das Safe Game. Autsch. Oh, niedrige Gesundheit. Ich glaube, ich bin schon zu lange unterwegs. Irgendwas ist am Verhungern oder Verdursten. Fünf Stück direkt. Wow, was ist da los? So, jetzt kommen wir wieder zum Ende. Hier sind wir von reingefahren in den Bereich. Oder reingeslogen. Hier ist auch die Tour dann zu Ende. Das war eine sehr, sehr schöne Tour. Der ganze Bereich hier links war das übrigens. Also es war wirklich ein riesiges Gehege. Ich glaube auch noch, hier vorne auch noch. Also hier geht es, glaube ich, links und dann sind wir hier die ganze Zeit rumgefahren. War echt schön gemacht. Eine sehr interessante Tour. Aber wir fliegen jetzt mal hier unten weiter. Denn hier gibt es auch noch weitere Sachen zu sehen. Zum Beispiel auch eine Lagune, auf die wir gerade zukommen. Da sind zwei Mosas drin, so wie es aussieht. Ganz viele Highfeeder. Also ich glaube, ich gehe da mal gar nicht in die Galerie rein. Da werden wir wahrscheinlich nicht viel sehen. Aber ihr seht ja, hier sind überall Beobachtungsgalerien. Also hier könnte man wirklich überall gucken gehen. Und auch Highfeeder sind da. Das hätte ich tatsächlich ganz gerne gesehen. Ich glaube, da warte ich mal eben drauf, dass die Mosas Hunger bekommen. Oh mein Gott, toter Dino. Oh, die haben gar kein Futter. Hier sind Kompis drin. Das ist auf der Rückseite von der Lagune. Das habe ich gar nicht gesehen. Das müssen wir gleich nochmal abchecken. Das machen wir jetzt mal eben, bevor die alle sterben. Oder haben die kein Trinken? Oh nein, du hast ja das Trinken vergessen. Hier ist nämlich nochmal so ein kleines Streichelzoogehege ohne Trinken. Deswegen verdursten die alle. Oh nein. Ich glaube, die sind auch am Verhungern. Okay, wir schauen uns das jetzt auf jeden Fall nochmal an. Hier ist nochmal so ein kleines Streichelzoogehege. Mit Minmis zum Beispiel. Haben richtig viele sogar. Dann haben wir Monolophosaurus. Kompis haben wir hier, ganz kleine Rumhüpfen, die gerade schon am Sterben sind. Na, das ist auch ein Monolopho. Ich glaube, das war es auch. Aber ist ja auch nochmal eine schöne Idee. Ist nur schade, dass die halt sterben. Ist vielleicht auch ein bisschen zu wenig Platz, muss man sagen. Aber eine coole Dino-Auswahl. Auch wenn die wahrscheinlich nicht funktionieren würde eigentlich. Ich glaube, die würden sich schon angreifen, normalerweise. So, kriegen wir es jetzt hier noch zu Gesicht? Oh, jetzt ist es soweit. Da haben wir das, was wir wollten. Hat er sich einen schönen Hai gegönnt. Fliegen wir mal weiter. Hier vorne ist nämlich auch noch ein Aviarium. Auch mit ganz vielen Galerien, aber wir fliegen einfach rein. Er war direkt begrüßt von dem Terranodon. Oh, du hast hier sogar diese Türme reingebaut. Das ist ja interessant. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ist natürlich auch nochmal cool, ne? Da kann man richtig gut dann die Flutsäure nochmal beobachten. Aber ich glaube, er ist ein bisschen verwirrt, weil das eigentlich nicht gewollt ist, glaube ich. Also wie der da fliegt, das ist, glaube ich, nicht normal. Ist halt wahrscheinlich mit der Freebuild-Mod einfach reinplatziert. Normalerweise geht das, glaube ich, gar nicht. Sind denn hier nur Terranodons oder auch noch was anderes? Vermisse ehrlich gesagt den Quetzer. Okay, ich habe den Quetzer gefunden. Er ist tot. Er ist auch verhungert. Das ist natürlich belastend. Keine Ahnung, warum die alle verhungern. Sind ja auch zu wenig Frischfutterspender wahrscheinlich. Hättest du ja überall noch reinplatzieren können. Äh, unten sind halt ganz viele. Keine Ahnung, warum der jetzt verhungert ist. Aber kann ich halt auch nicht ändern. Und eine Sache habe ich noch entdeckt. Denn hier vorne in dem T-Rex-Gege... Oh, ich habe noch eine Mod installiert. Oh nein. Hier ist auf jeden Fall noch ein Giga drin. Der ist Joker-Schminke-Trick durch die Mod. Sorry dafür. Das heißt, der Giga und die T-Rex-Familie, die leben glücklich und zufrieden zusammen. Aber wie gesagt, wenn ich was übersehen haben sollte, dann tut es mir leid. Aber ihr könnt ja den Park selber runterladen. Der ist nämlich in der Videobeschreibung. Hat echt Spaß gemacht. Sehr cooler Park, lieber Tim. Danke fürs Einsenden. Und falls ihr auch mal einen Park einsenden wollt, dann könnt ihr gerne auch in die Videobeschreibung schauen. Da stehen da alle Infos zu. Lasst ein Like da. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi. Musik Amen.